So Leute, willkommen zurück zu Pepe Mario! Oh yeah, im letzten Part haben wir das Kapitel mit Sushi abgeschlossen und müssen jetzt zurück nach Toad Town, wo wir natürlich auch erstmal wieder in die Kanalisation gehen, denn dort haben wir schon gesehen, hier so ein Steg, mit dem man dank Sushis Hilfe an andere Orte gelangen kann, ja. Und da war noch so etwas, vielleicht kriegen wir da wieder sogar einen Superblock, wer weiß das schon so genau. Wir haben schon im letzten Part gehört, wo wir hin müssen, in die Blütenfelder geht es jetzt. Ein Kapitel an, das ich bis auf den neuen Partner, den wir da bekommen, habe ich da absolut keinerlei Erinnerungen dran, tatsächlich. Aber, nun gut, nun gut, wir gehen ja mal hin und hoffen, dass wir uns noch dran erinnern, wo wir dann genau hin müssen. Möchten wir zurück nach Toad Town? Ja, wir möchten zurück nach Toad Town. Colorado bleibt scheinbar hier. Nein, tut er nicht, okay. Colorado bleibt nicht hier. Was für ein aufregendes Abenteuer, adieu, Lava Lava Island. Vielleicht werde ich eines Tages zu deinem Ufer zurückkehren. Er ist ganz gehypt, Leute. Achso, ach guck mal hier, den gibt es ja auch noch. Den gibt es ja auch noch. Ja, ich habe es geschafft. Ich bin den ganzen Weg her geschwommen. Also gut, Mario, ich hau dir jetzt eins von die Hucke voll, dass du niemals... Äh... Was, warte, woher gehst du? Warte, Mario, bleib hier, komm sofort hierher, du Hasenfuß. Schraa... Schra... Wollt ihr gerade Scheiße sagen? Da stand Schei, oder? S-C-H-E-I. Oder habe ich da ein R nicht gesehen? Ich glaube, da stand wirklich Schei. Na gut, okay. Ähm, jedenfalls, er hat es verkackt. Sehr schön. Derzeit, let's play ich irgendwie nur Spiele, die einen großartigen Humor haben. Das gefällt mir. So. Und dann sind wir wieder zurück im Toe Town. Mal gucken, ob er uns hinterher geschwommen ist. Also schnell genug, ob wir jetzt hier gegen kämpfen müssen, das weiß ich, wie gesagt, keine Ahnung mehr. Aber ich bezweifle es irgendwie mal, wenn man denkt, wie... Er hat ja das ganze Kapitel gebraucht, um erstmal hier anzukommen, nicht wahr? Ah, nein, er hat Scheibenkleister gesagt. Ach, selbstverständlich. Natürlich. Dem Himmel sei dank, wir sind da. Die Thunfisch-Fähre ist etwas, das ich nicht mehr in Anspruch nehmen will. Trotzdem danke für die Fahrt. Ich stehe in deiner Schuld. Ich werde erstmal nach Kupaheim zurückkehren, um ein wenig auszuspannen. Meine Frau wartet sich ja schon. Vielleicht werden sich unsere Wege wieder kreuzen, alter Junge. Cheerio. Okay. Und auf Wiedersehen. Wow. Wow, krass, er ist echt schnell gut hinterher gekommen. Okay, dann müssen wir scheinbar doch nochmal gegen ihn kämpfen hier. Der muss jetzt einen KP haben. Der ist völlig ausgelaugt, der arme Kleine. Ich werde nie wieder in meinem Leben schwimmen. So, Mario, diesmal gehörst du mir. Du willst jetzt wirklich kämpfen? Meinst du, das ist eine gute Idee? Ja. Okay, gut, alles klar. Mal gucken, ob er noch voll ist mit seinen Lebenspunkten. Jetzt gehst du rund. Jetzt geht's rund, mein ich. Mach dich auf was gefasst. Oh, tatsächlich. Sehr schön. Oh nein, ich habe fast keine KP mehr. Das nur wegen der blöden Schimmerei. Da muss ich wohl ein paar meiner Fähigkeiten einsetzen, um diese Schwächen wettzumachen. Pass gut auf, mehr Kraft. Das kennen wir schon. Oh, guck mal, jetzt hat er so eine Stachel auf der Birne. Und Flügel. Okay, nachdem er endlich mal aufgehört hat, zu labern, springen wir einfach mal auf den Kopf und hoffen, dass wir Schaden machen. Ja, natürlich machen wir Schaden. Hey, was zur... Darauf war ich nicht vorbereitet. Ist das überhaupt gesetzlich erlaubt? Ja, in Ordnung anlegen. Warum nicht, ne? Was sollen wir da machen? So, okay, jetzt spucken wir mit Sushi mal rauf und hoffen, dass wir auch mit ihr Schaden machen. Oh ja, und wie? Und wie? Ich habe das Gefühl, dieser Kampf gegen ihn wird der wahrscheinlich einfachste sein. Weil, wenn wir das jetzt wieder hinkriegen mit Sushi, genauso viel Schaden zu verursachen, dann sollte er eigentlich schon erledigt sein. Wum, 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 wum. Okay, gut. Ich dachte, jetzt kriege ich es gerade so nicht hin. Ja, hm. Da kann er einem schon leid tun, der Arme. Aber wir kriegen ein weiteres Level-Up, Leute. Ich habe es schon ein bisschen verlauten, dass ich denke, ich werde jetzt wirklich nur noch erst mal die OP aufleveln. Oder doch einige Orte, die ich noch wirklich gerne anlegen würde. Oh, weißt du was? Jetzt, wo ich darüber nachdenke, ich habe Flügel. Wenn ich einfach zur Insel geflogen wäre, hätte ich nicht meine ganze Kaffee verschwendet. Ja, hm, Dödel. Werde ich Mario im Handumdrehen besiegt? Ist ja schon richtig die Logikfrage geklärt. Ich bin so blöd. Ja, armer, kleiner Typ. Na gut. Jetzt wollen wir erst mal mithilfe Sushis an ein paar neue Orte gelangen, würde ich sagen. Hätte ich jetzt voll Bock drauf. Wo gehen wir zuerst hin? Ich denke mal zuerst in die... Mario, schön, dich wiederzusehen. Wie geht es meinem Bruder? Ich mache mir richtig Sorgen um ihn. Immerhin bin ich seine Schwester. Aber fragen wir nochmal. Kannst du schon sagen, die kennen wir doch, die zwei. Hallo. Ich bin hier. Komm schon, wir sind in Eile, Gumbaria. Ernsthaft, manchmal bist du so unausstehlich. Klappe. Wie sind die nur Sorgen gebracht, die Kleine? Gumbaria, wie siehst du gut aus, dass du mir Mario allein zur Last fällst, hörst du? Hey, ich fall ihm ganz sicher nicht zur Last. Ich helfe ihm die ganze Zeit. Wie schön, unser kleiner Gumbario hilft dem großen Mario. Ich bin so stolz. Ich muss sofort deinem Vater und Gumpa erzählen. Mario, du musst mal wieder bei uns vorbeischauen. Komm schon, hör auf Mama, das ist mir peinlich. Ich bin kein Kind mehr. Oh, sei nicht dumm, Kürbisköpfchen. Kürbisköpfchen. Ich sage doch gar nichts, was dir peinlich sein müsste. Ich liebe dich, das ist alles. Darf ich denn als Mutter nicht stolz auf ihre Kinder sein? Oh Mama. Musst du mich immer wie ein kleines Kind behandeln? Nee, 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 nee. Gumbario wird ausgeschimpft. Halt die Klappe, Gumbaria. Nee Mama, Gumbario ist gemein zu mir. Sehr gut. Gut, dass wir es geklärt haben. Dann holen wir oben wieder Sushi raus. Wir können auch mal gucken, ob wir neue Briefe haben. War der Typ da hinten schon wieder... Der Typ da hinten schon wieder... Gumbario, hör auf zu lügen, lese ich hier im Chat. Ich kann mir schon denken, worauf das bezogen ist. Hilft uns die ganze Zeit. Naja, hat uns jedenfalls so lange er konnte geholfen. Aktuell sieht er zwar eher niemand aus. Ach guck mal, wir haben noch was zum Abgeben. Ja. Ja, ja, ich hab was dabei. Genau, hier. So, jetzt ist die Frage, ob das der letzte ist. Wow, du hast mir den Samen gebracht. Vielen Dank. So. Oh, sie sind alle so schön. Alle so scheudebunte Farben. Da oben rechts am hübschesten. Das türkisgrüne da. Oh, lieber Uli, eine Tür aus dem Nichts. Was tut sie? Das werden wir bald herausfinden. Ja, wie sie ausfliegt. Zuerst sah es so aus, als würden die Blumen einfach nur blühen. Und plötzlich erscheint eine Tür. Von hier aus musst du zu Blütenfeldern gelangen können. Ach so, Mario, die Blütenfelder brauchen deine Hilfe. Ja, perfekt. Das war also nicht mal optional, die ganzen Dinger zusammen. Sondern wir mussten es tun. Das wusste ich jetzt gar nicht. Also ich wusste es wirklich nicht. Auch wenn das gerade so klang, als würde ich es wissen. Und würde hier ein bisschen Ironie walten lassen. Nein, das wusste ich tatsächlich nicht. Aber gut, umso besser. Da hat sich geklärt, wo ich als nächstes hin muss. Äh, ja. Du hast Post bekommen. Welchen Brief möchtest du lesen? Alle haben Post bekommen? Fuzzipied. Okay. So, kleine Watt. Hier bitte. Liebe Watt, ich bin noch auf Achse, aber ich werde nie wieder ein Köder sein. Ich glaube, ich sollte eure Hilfe zu schätzen wissen. Dieser Brief ist mein Dank. Wir sind jetzt quitt, ja? Viel Glück bei dem, was ihr vorhabt. Und wenn wir uns mal wieder über den Weg laufen, dann stört mich nicht, ja? Fuzzipied. Ich weiß gar nicht, wer das ist, ehrlich gesagt. Aber, so, noch mehr. Tatsächlich alle haben einen Brief bekommen. Alle haben einen Brief bekommen. Boo Hadlar schon wieder. Hier, bitte. An Lady Boo. Bitte kehrt so schnell wie möglich zurück. Ich kann die Vorstellung nicht ertragen, wie ihr euch in Gefahr begebt. Ich bin so in Sorge, dass ich nicht mehr schlafen kann. Als ihr mit Mario gegangen seid, habt ihr mir gesagt, ich soll euch nicht folgen. Doch jetzt bereue ich mein Gehorsam. Ich hätte ja auf jeden Fall mitkommen und euch beschützen sollen. Also, zwei Buchs sind besser als einer. Also, warum nicht, ne? Alles, was ich jetzt noch tun kann, ist mir mit den anderen Buchs von den Sternen zu wünschen, dass ihr sicher wieder zurückkehrt. Bitte passt auf euch auf. Boo Hadlar. Ja, wir wollen mehr lesen. Alle Brief verlesen. Frosty. Hier, bitte. Lieber Parakary, danke, dass du immer meine Post bringst. Egal, ob es stürmt oder schneit. Heute kann es regnen. Äh, da ich so weit entfernt von meiner Familie in diesem kalten Tal lebe, sind die Briefe die größte Freude in meinem Leben. Sanfte Worte von meiner Frau und meiner Tochter geben mir die Stärke, in meiner Arbeit fortzufahren. Mein Herz springt vor Freude in meiner Brust, wenn ich das Schlagen meiner Flügel höre. Bam, 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 bam. Mögest du niemals die Mauser bekommen, dein Fan, Frosty. Ach, schön, Leute. Hier sind alle so dankbar. Hier sind alle so dankbar. Äh, ob das war der falsche? Dum-di-dum-di-dum. Das war falsch. Ja, aber ich möchte noch mehr lesen. Und zwar von Bruce. Allmächtig? Hier, bitte. Bombe, du musst zu mir zurückkehren. Oh, leicht entzündliche Bob-Omm. Mein Herz wartet auf dich in Cooperheim. Es brennt wie eine Zündschnur. Ich werde dich für immer lieben. Selbst wenn du mich, äh, ablehnst, wird meine Liebe nicht vergehen. Wenn ich dich nicht bald sehe, werde ich ganz sicher explodieren. Also bitte beeile dich. Das ist keine Drogen hier. Das ist so ganz normal für Bob-Omms. Du hast meine Leidenschaft entzündet. Komm zurück zu mir, deine Liebe. Meine Liebe, dein Bruce. Okay. Covert. Hier, bitte. Lieber Couper, was macht das Abenteuer? Ich kann nicht glauben, dass du mit Mario unterwegs bist. Ich bin so eifersüchtig. In Cooperheim ist alles beim alten Colorados. Frau wartet ungeduldig auf seine Rückkehr. Du in Colorado, ihr habt so viel Aufregung in eurem Leben. Was für ein Glück. Auf jeden Fall alles Gute. Ja, wir möchten noch mehr lehnen. Lass uns gehen mal kurz und knackig. Guma. Hier, bitte. Lieber Gumbario. Wie geht es meinem kleinen Gumbario? Hm, uns geht es allen gut. Ich hoffe, deine Scanner hat sich schon oft als hilfreich erwiesen. Nääää, was das angeht. Schau doch mal wieder vorbei. Wir vermissen dich alle. Viel Glück, meine kleine Gumnus. Gumnus. Ich denke oft an dich. Gumnus. Ist ja doch schon ein schöner Spitzname für den lieben Umroh, oder? Nein, wir möchten nicht weiter. Keine weiteren Briefe mehr lesen. Oh, wow. Ich wollte dich nicht hauen. Tut mir leid. Das tut mir leid, Gumbario. So, okay. Wo gehen wir zuerst hin? Das ist die Frage der Fragen. Ich glaube, hier erstmal rein. Und dann... Ah, grüßen wir schon wieder. Gucken wir mal, wie ich diesmal eine Frage habe, die wir beantworten können. Vielleicht ist es sogar die gleiche Frage wie beim letzten Mal. Ich weiß es nicht. Dann kommen wir zur Frage. Ich will Fenster. Ich habe leider vergessen, was ich gesagt habe. Dann ist es eins. Ja, es ist eins. Sehr gut. Korrekt. Gratulation. Gut, dass ich das jetzt richtig hatte, weil ich wusste nicht, auf welche Antwort ich beim letzten Mal gebe. Ich glaube, zwei habe ich beim letzten Mal gesagt. Oder drei sogar. Ne, keine Ahnung. Ich wusste auf jeden Fall, dass ich nicht eins gesagt habe. Also war es am effektivsten, das jetzt einfach zu nehmen. So, hier müsste doch irgendwo so ein Ufer sein. Jawohl, perfekt. So, wo bringst du uns hin? Zu so einer... Zu einem Stern... Zu einem Stern... Sehr, sehr gut, liebe Leute. Sehr, sehr gut. Ich bin gespannt, was dein Blütenfeld auf uns wartet. Denn, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich habe keine Ahnung mehr, was... genau da eigentlich so abgehen wird in dem Chapter. Brum, brum, brum. So, wo sind wir nun gelandet? Sieht nach Kanalisation aus. Ein alternativer Eingang. Oh. Ja, cool. Damit kann einer deiner Freunde aufgestuft werden. Wisst ihr was, Leute? Wir behauen jetzt mal Gumbario auf. Komm. Liebe für Gumbario. Nachdem wir da seine Familie eben getroffen haben, der der Brief eben... Und er hat uns am Anfang ja wirklich gut geholfen. Also, komm. Komm. Gib ihm. Brum, brum, brum. Gumbario wurde in den Super-Rang aufgestuft. Ich fände gerade auf. Was hat Gumbario das erste Mal gelernt vor allem? Und ich wollte gucken, ich kann ja noch einen neuen Orden anlegen. Ich habe ja Orden-Punkt, den wir dazu bekommen. Aufladen. Versteck die Angriffskraft um zwei. Du kannst beliebig oft aufladen. Nach dem Kampf normalisiert sich der Wert wieder. So. Orden. Orden, Orden, Orden. Welche lege ich denn mal an? Ausweicher. Also, ich spare jetzt erstmal für den Verteidigungs-Plus-Orden. Aber den können wir jetzt ja eh noch nicht anlegen. Herzilein vielleicht. Oder Superbeben. Superbeben. Ich kann ja den hier weglegen und mal Superbeben an. Aber wobei. Dann machen wir es lieber so. Herzilein klingt gut. Herzilein, Herzilein. Okay, sehr schön. Dann. Also, ich habe gerade die Grafik vollkommen falsch interpretiert hier gerade. Brum, brum, brum. So. Was? Achso. Ja, Moment. Mit Gumbario kann ich natürlich nicht schwimmen. Das wäre interessant. Nein, 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 nein. Auf Gumbario geht das gar nicht. So, jetzt aber hier. Dum, dum, dum. Okay. Und jetzt ab in die Kanalisation. Dann können wir da nämlich nochmal schwimmen. Und ich denke, wieder weitere Abkürzungen schaffen. Und wahrscheinlich auch wieder zu einem neuen Gebiet. Also, wir kriegen eine Abkürzungen auf jeden Fall auf Lava Lava Islands. Das ist ja eigentlich schon mal confirmed damit. Wir haben ja eben schon da was gesehen. Ja, hier war es genau. So, dies habe ich nicht verlaufen. Ich werde jetzt schon fast wieder einen Raum weiter nach unten gelaufen. Aber nein, nein, nein. So nicht, Freundchen. So nicht. So, war das jetzt hier unten direkt? Schauen wir doch mal. Boing. Dann schwimmen wir einfach auf ihn weiter. Genau. Und hier haben wir... Oba! Ja, genau. Da kommt ein krasserer Blooper jetzt unterwegs. Wow. Der ist ganz schön groß. Der ist wirklich groß. Er ist einfach 70, Leute. Na gut. Ich wechsle mal zu. Watt oder Lady Boo? Erstmal zu Watt. Wir werden ja gleich sehen, was da passiert. Ob wir da eine Chance haben. Ich denke doch mal schon. Erstmal den... den Powerhüpfer. So, und jetzt weiß ich ja... Also wenn das so gut klappt wie bei der letzten Session, da hat es nämlich verdammt gut funktioniert, weil wir gleich mal schon einen Power abgeben uns. So. Ja, das ist tatsächlich Schaden, mit dem man noch leben kann. Da ist es in Ordnung. So, wollen wir erst mal unsere Power erhöhen. Sehr schön. So, Angriffskraft um eins. Jetzt macht er nämlich noch mehr Schaden. Dann kann man mit Watt gleich auch weiter draufknüppeln. So. Alles gut. Okay, ja, den besiegen wir jetzt, ne? Die Frage ist, ob der noch irgendwelche... Was macht der? Das kenne ich nicht. Das haben die anderen nicht gemacht. Oh, sie spucken. Hm. Da wäre es nicht schlecht, jemanden zu haben, der alle trifft. Also vielleicht doch eher wieder... zu Sushi. Nehmen Sie, das werde ich auf jeden Fall erst mal ordentlich kassieren. Egal, probieren wir das einfach mal. Hauptsache, ich kriege immer den Counter auf ganz... so weit, dass er nach ganz unten kommt. Guck mal, 30 haben wir schon mal abgezogen. Das Problem ist, das kriegen wir erst mal ordentlich ab. Yeah. Herzilein. Füllt uns auf. Was? Achso, oh. Iiii, machen. Boah, wie schnell. Ziehen die denn ab? Nochmal kurz hier. Okay, gut. Alles klar. Alles klar, alles im Lot. Gleich erst mal so machen, dass wir alle... Was machen die für Moves hier? Das will mir nicht gefallen, ehrlich gesagt. Ganz und gar nicht. Machen wir erst mal hier Tsunami. So. Okay. Ich habe gerade wieder vergessen, wo ich den C-Knopf hingelegt habe. dafür... Na, natürlich nicht besiegt. Wurde ich gerade sagen, dafür haben wir sie alle mal besiegt. Warte, machen wir es wie folgt. Machen wir jetzt lieber den Multi-Hüpfer hier. So. Haben wir dem Großen auch noch gut Schaden gemacht. Über die Hälfte sind schon weg. Wir bringen keine extra Sternenpunkte. Das ist aber nicht nett. Ähm... Boah. Was? Wieso habe ich jetzt doppelten Schaden bekommen? Habe ich gerade doppelten Schaden bekommen und habe das einfach nur nicht gesehen? Ähm... Das ist uncool. Überaus uncool. Wart mal. Ich habe doch hier eine neue Sternenpower. Das heilt mich, oder? Regine 20 KP. Ja, guck mal hier. Kostet zwar eine Menge, aber das sollten wir jetzt vielleicht mal nehmen. Sollten wir vielleicht mal nehmen. So, Hallöchen. 20 ist schon echt. 20 ist schon echt gut. Ein kleiner Kuss hier. Mom, 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 mom. Ordentlich Heilung. Okay. Dann werden wir... Ich glaube, wir machen wir dann einfach mal lieber den ganz normalen Bauchklatscher. Yeah. Bam. Ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen. So. Okay. Geht doch alles. Aber leider ist die Angeskraft jetzt wieder normal. Das ist ein bisschen... Das ist ein bisschen schade. Aber... Egal. Wir machen ja trotzdem noch guten Schaden. Ich glaube, kurz nachdem er mit dem Hintern nach unten schnellt, müssen wir immer losgehen. Aber ich denke, in der nächsten Runde ist er besiegt. Also, weil er macht jetzt nochmal ein. Wir dürfen eher nochmal... Wir dürfen ja erstmal mit Sushi angreifen. Yeah. Ich hoffe, wir bringen doch wieder ordentlich dick Erfahrungspunkte hier. Also, von KP definitiv das Krasse, was wir bisher gesehen haben. Okay, jetzt spuckt er da ein paar... Ein paar neue kleine Dudes aus. Aber ich denke, der ist jetzt weg. Außer ich verkackt das hier jetzt total. Was ich mal nicht hoffe. Ja, fünf. Super. Super. Dann wollen wir nochmal mit Sushi hier nochmal... Ah, Tsunami geht natürlich nicht. Tsunami geht nicht, aber egal. Klatschen wir jetzt den Großen um. Ich denke mal, die Kleinen können uns nicht viel. Bringt die Kleinen überhaupt extra Sternpunkte? Ich weiß es nicht. Ich denke, er fällt genauso wie der Große auf mich. Aber das macht er gar nicht. Das machen wir gar nicht. Die saugen ja einfach nur. Ja. Und... So schnell wie möglich. Alles klar. So. Ganz normaler Sprung. Kilt das die? Ja. Sehr gut. Warum bringt ihr keine Sternpunkte, die Kleinen Typen? Wir haben schon 3 von euch blatt gemacht. Und gleich ist der vierte weg. Das finde ich aber nicht sehr fair. Warte mal, ich hätte auch den Spucker machen können. Dann wäre er direkt weg gewesen. Jetzt... Ja, genau. Dann mache ich mir nur fünf Schaden mit. Na gut. Ist okay. Ich bin da vorbereitet. Echt, ey. Meine Güte. Meine, meine Güte. So. Dann beenden wir es mit dem Bauchklatscher. Wenn wir da mal ein bisschen zu langsam drücken, wie gerade, denke mal so ein bisschen entspannter. Aber die saugen nämlich wesentlich schneller als die gelben kleinen Typen aus dem Dschungel. Die da immer relativ lange gebraucht haben. Aber die kleinen Tittenfische... Na, 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 na. Sozusagen Vampir-Blooper. Richtig. Gibt es ja Vampir-Tittenfische. So, fühlt mich das jetzt nach Lava Lava Island. Oh, Lava Lava. Mr. Lava Lava. Ja. Okay. Aber ich kann noch nach rechts weiter. Habe ich gerade gesehen. Und ich wollte noch mal schauen, ob ich diesen anderen Superblock da eventuell auch schon benutzen kann. Das weiß ich nämlich nicht. Also mir wurde gesagt... Wow. Das war aber gerade so. Ich habe natürlich jetzt nicht genug Blütenpunkte. Ich habe mich eigentlich gerade gar nicht gegen die Kämpfe. Na, nochmal Erfrischung hier. Um uns ein paar Blütenpunkte zu geben und am Tsunami. Bitteschön. Einmal alles auffrischen. Danke dir. So, Sushi. Dann greif mal an mit deinem netten Tsunami-Angriff. Okay, das wurde gerade irgendwie nicht angenommen. Habe ich das Gefühl gehabt. Wahrscheinlich haben wir von daneben gedrückt. Egal. Die sind... Die kriegen natürlich nur einen Schaden dadurch. Ich dachte, sie kriegen mehr Schaden dadurch. So. Na, dann werden wir den Cup-Evergad so überhaupt beenden. Und schauen doch nochmal, wo genau uns das hier überhaupt hinbringt, wo wir gerade sind. Machen wir mal den Multisprung. So. Ach ja. Dieses Glück gefällt mir sehr. Und weg vom Fenster. Ich hätte auch den anderen draus springen können. Aber ich glaube, der Stachelschutz geht nicht für meine Partner. Dieses Thema hatten wir nämlich schon mal. Wenn ich mich da richtig entsinne. So, bist du weg? Ja. Sehr schön. Na gut, aber Sushi kann jetzt leider nicht wirklich was tun. Ich meine, ich kann es aber probieren. Einfach mal einen Bauchklatscher machen. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Okay. Okay. Nope. Das muss aber, weil Sushi muss aber richtig weh getan haben. So, wie sie drauf gejumpt ist. Mit voller Wucht. Egal. Der geht das jetzt weg. Und zwar genau mit diesem Sprung. Yeah. Im Körper mickrige vier Sternenpunkte abkassiert. Der Zauber. Wow, Leute. Der Zauber ist einfach immer noch aktiv. Was? Okay, acht Sternenpunkte. Das war schon mal schöner. Der Zauber ist immer noch aktiv. Wahnsinn. Es ist mittlerweile einfach eine Woche vergangen. Aber gut, das heißt, es gilt nur die In-Game-Zeit. Ich wollte nicht gegen ihn kämpfen. Ich wollte nicht gegen dich kämpfen, du Typ. Deswegen fliehe ich jetzt auch. So. Ah, das ist gut. Ich wollte mal gucken, was da noch rechts ist. Ich will jetzt mal unendlich viele Münzen. Naja, so viele sind es gar nicht. Na. Oh, wow. Die Gier, Leute. Die Gier. Das haben sie absichtlich gemacht, die Entwickler. Damit man hier zurück und die Münzen einsammelt. So. Und jetzt. Egal. Münzen einfach. Einfach mal die Münzen Münzen sein lassen. Ich wollte schon sagen. Hier, lass mich in Ruhe. Lass mich bloß in Ruhe, du. Wir können uns auf jeden Fall hier noch ein bisschen weiter umsehen. Das machen wir über das beim nächsten Mal. Das war erstmal Pippe Mario für heute. Bis dahin. Ciao. Ciao.